Was geht ab Leute, Philipp ist back mit einem neuen Video und heute habe ich einen erneuten Review von euch und zwar vom Palace X Reebok Clubsi im All White Colorway. Viel Spaß mit dem Video. Letzten Samstag, also genau vor einer Woche, hat Palace insgesamt 5 Schuhe, 3 Clubsis und 2 Klassiker-Leather-Modelle in Kollaboration mit Reebok gedroppt und ich habe dazu geschlagen und mir den All White Colorway gekauft. Das Besondere an diesem All White Schuh ist allerdings, dass das Obermaterial des Schuhes reflektierend ist. Das heißt, wenn es in einem Dunkeln angestrahlt wird, vom Licht, was weiß ich, vom Autolicht oder so, reflektiert er und leuchtet dann. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus, wie ich finde und war auch ein Grund, warum ich mir den Schuh überhaupt zugelegt habe. Ich finde auch das Modell sehr nice, also den Shape so sehr sommerlich, passt auch gut zu kurzen Hosen, weil natürlich Sommer, da treten wir nochmal eine kurze Hose und deswegen ist es auch wichtig, dass der da so nice aussieht. Und ja, das Modell Clubs C habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, deswegen finde ich auf jeden Fall nice, dass sich da mal ein etwas anderes rangewagt hat und nicht an die typischen Modelle, die bei Reebok in der Kollabor genutzt werden. Ja, die Außensohle des Schuhes ist so bläulich, so eine Eis-Outsole, wie man das auch von einigen Jordan-Modellen her kennt. Und ja, ansonsten komplett weiß, aber nicht so ein schneeweites Obermaterial. Ich denke mal, das liegt daran eben, weil es reflektierend ist. Und ja, an der Ferse findet man einen eingestanzten Palace-Schriftzug auf beiden Schuhen. Ebenso befindet sich ein Palace-Schriftzug auf den Schnürsenkeln. Falls einem das nicht gefällt, waren dazu auch noch komplett weiße Laces, die muss man sich denn einschüren, aber der kommt mit diesen Palace-Laces eingeschnürt und ich finde das eigentlich auch ganz nice. Auf der Zunge ist dann auch noch das Reebok Classic-Logo und das Palace-Trifurk. Genauso wie auf der Innensohle ist auch Palace und Reebok draufgeschrieben. Also man sollte auf jeden Fall schon erkennen, dass der Schuh von Palace und Reebok zusammenkommt. Die Innen ist der Schuh auch so einem Frottee-Material oder wie man das beschreiben kann. Ist auf jeden Fall sehr weich und angenehm beim Tragenkomfort. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das vielleicht ein bisschen heiß werden könnte im Sommer, aber bis jetzt hatte ich da noch keine Probleme, von daher denke ich mal alles easy. Mehr kann man zu dem Schuh eigentlich nicht sagen und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den On-Feeds. Ich weiß jetzt nicht, ob es ist, 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 ob es ist. Das war mein Review zum Palace X Reebok Club C All White. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr ihn findet, ob ihr ihn euch auch geholt habt. Außerdem könnt ihr Fragen an mich in die Kommentare schreiben, weil ich habe vor, in nächster Zeit mal ein Frage-Antwort-Video zu machen. Also wenn euch irgendwas interessiert, schreibt es mir in die Kommentare oder auf Twitter. Der Link zu allen meinen sozialen Medien ist natürlich in der Beschreibung. Und ja, lasst eine Bewertung da, wenn nicht, dann nicht und dann sehen wir uns nächste Week.